Da gehen wir jetzt 100 Jahre zurück. Im Herbst 1923 schien Deutschland im Chaos zu versinken. Die Hyperinflation erreichte immer neue Rekordwerte. Geld war faktisch wertlos. Politisch erstarkten die Extremisten. In Sachsen und Thüringen bildeten sich im sogenannten Deutschen Oktober proletarische Arbeiterregierungen. Und Bayern war scharf auf rechtsgerichteten Konfrontationskurs und dort wendt man die Zeit reif für eine rechte Diktatur. Am 9. November 1923 greift in München Adolf Hitler zum ersten Mal nach der Macht. Sein Putsch scheitert allerdings dilettantisch. Zwei Tage später, am 11. November, wird Hitler verhaftet. Im Folgejahr muss er sich vor Gericht verantworten. Jochen Grabler erinnert im heutigen Stichtag. Man kennt das aus dem Krimi. Kurz nach 7 Uhr, ich war gerade mit meinem Sohn Egon beim Abendessen, kam das Dienstmädchen und sagte, jemand hätte leise an die Tür geklopft. Das Verbrechen geht schief, es wird geschossen, der Verbrecher flieht, kann die Polizei abschütteln und taucht unter. Ich ging hinunter. Zu meinem großen Erstaunen erkannte ich die schwache, unverwechselbare Stimme. Nur, das ist kein Krimi, das ist bittere Wahrheit. Dieser Verbrecher heißt Adolf Hitler. Da stand er, leichenblass, ohne Hut, sein Gesicht und seine Kleidung mit Schmutz bedeckt. Die Frau, die da so fürsorglich spricht, ist übrigens Helene Hanfstengel. Die Frau des Kunsthändlers Ernst Hanfstengel, genannt Putzi. Putzi Hanfstengel wiederum gehört zur besseren Münchner Gesellschaft und ist ein sehr eifriger Gefolgsmann Hitlers und Spender für den noch junge NSDAP. Ich bemerkte, dass er Fieber hatte und schlug vor, dass er sofort schlafen gehen sollte. Uffing am Staffelsee, 60 Kilometer von München, 900 Seelen. Das Haus der Hanfstengels in der Rusbichelstraße 2, das ist der Unterschlupf für den Staatsfeind Nummer 1. Am Tag zuvor nämlich haben Hitler und der Weltkriegsgeneral Ludendorff nichts anderes versucht als den Umsturz. Sie wollten die krisengeschüttelte Weimarer Republik in eine Diktatur verwandeln, mit sich selbst an der Spitze. Proklamation an das deutsche Volk. Die Regierung der Novemberverbrecher ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seidler. Sie haben sich mit ein paar hundert braunen Gefolgsleuten im Münchner Bürgerbräukeller zusammengerottet und sind machtbesoffen zur Feldherrnhalle marschiert. Ein blutiger Operettenputsch. Nicht mal eine halbe Minute Schießerei, 20 Tote, die Redelsführer fliehen. Hitler mit ausgekugeltem Arm will wie seine Kumpane Hess und Göring nach Österreich abhauen. Aber dann gibt der Fluchtwagen den Geist auf. Zu Fuß schlagen sie sich durch, bis nach Uffing. Wir gaben ihm den blauen Bademantel meines Mannes. Der Patient lächelte und meinte, er fühlte sich wie ein römischer Herrscher. Als nach anderthalb Tagen im mittlerweile überwachten Haus Unruhe entsteht, rückt das Verhaftungskommando endlich an. Frau Hanfstengel führte Oberleutnant Bellville wortlos vor eine Zimmertüre, blieb dann einen Augenblick stehen, sah Bellville mit einem langen Blicke an, machte dann auf und sagte, bitte. Im Zimmer stand in weißem Schlafanzug Hitler. Den Arm in einer Binde. So steht es im Polizeibericht. Kein Schuss fällt. Hitler lässt sich widerstandslos verhaften und wird erst nach Weilheim dann in die Festungshaftanstalt Landsberg am Lech gebracht. Es folgt eine juristische Farce. Größtes Verständnis und maximale Milde bei einem deutschnationalen Richter. Für Hochverrat gibt es das billigste Urteil, das gerade noch geht. Fünf Jahre Festungshaft, wovon der Luxushäftling Hitler in Landsberg allerdings nur ein gutes halbes Jahr abbrummt. Weihnachten 1924 ist der Todfeind der Demokratie und gescheiterte Putschist wieder in Freiheit. Auf Bewährung. Verhaftet wurde Hitler nach dem ersten Versuch, alle Macht an sich zu reißen, in Uffing am Staffelsee. Heute vor 100 Jahren.